Ein Krieg bei unseren Nachbarn und ein trockenes Jahr bringen unsere Lebensmittelsicherheit in Europa in arge Bedrängnis. Lebensmittelpreise sind derzeit mit die wichtigsten Inflationstreiber. Deshalb haben wir alles zu tun, damit Lebensmittelsicherheit in der Europäischen Union garantiert wird und eben alles zu unterlassen, welche diese weiter in Gefahr bringt. Wir tun den Konsumenten nicht Gutes, wenn wir neue Gesetzgebungen machen, welche Lebensmittelproduktion in Europa schwieriger machen und wir unsere Produktion outsourcen. Deshalb muss der diesjährige Sommer auch ein wahren Ruf sein. Lebensmittelsicherheit ist kein Selbstläufer in Europa, aber sie ist existenziell und wir haben dafür zu sorgen und sie nicht zu gefährden. Herzlichen Dank.